Hallo und herzlich willkommen im Haukenland zum Kata-Stream. Mit mir zur Unterstützung ist Drüsenwon an diesem schwülwarmen, extrem matschigen Samstagabend nach dem großen Saufen gestern auf der Grillfete, von der ich ja erzählt hatte, gestern Vormittag. Ja, Drüsenwon hat gestrichen. Er hat den ganzen Tag nur Lack geschnüffelt. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier weiter weghacken soll. Da draußen ist schon wieder Gewitter, das ist hervorragend. Das sieht ja mit Inventar aus. Das ist natürlich total vollgemüllt. Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Kurze Stromausfälle. Lampenflackern. Und jetzt bauen hier schon Schweine. Mal gucken, was ich hier noch mit aus den Kisten nehmen kann. Da ist mit Sicherheit noch das eine oder andere, was hier sein Plätzchen finden kann. Oh, das lasse ich auch mal hier. Zack, zack, zack. Kann ich nämlich alles samt mal in den Energiemanipulator schmeißen. Und wieder Energie für meine Batterien liefern. Ja. Erstmal in der Hauisie eine Pyramide, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es auch wieder dunkel draußen. Natürlich, war ja klar. Also lecke ich mich erst mal das Bettchen. Damit die MFSUs im Keller mal wieder aufgeladen werden. Voll aufgeladen. Es wäre mal schön, aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Der Massenfabrikator zieht da einiges an Energie ab. Und ich habe auch keine Lust, im Grunde da hinzugehen. Noch mehr Solar Arrays draußen anzubringen. Und ein riesiger Aufwand wieder. Schön die ganzen Steinchen umwandeln. Ja, at once. Das ist wirklich pain in the ass, die zu bauen. Was ist denn hier los? Ja, ich sag mal, wenn du so High Voltage Solar Arrays hast, dann kannst du am besten schon fast irgendwelche Fabriken, wie ich, für Lampen dann bauen. Tja, hier sind nicht viel an Ressourcen, was man da braucht. Und dann auch so die ganzen schönen Sachen, so Iridiumplatten. Oder Sonnenschirme. Könnte ich eigentlich auch mal wieder platzieren gehen. Und vor allem hatte ich ja letzte Tage gesehen, dass hier auch der Bamboos eigentlich fertig ist. Der wächst nämlich nicht mehr höher. Können wir mal gucken, wie es das ist. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Meter. Jo, acht Meter. Mehr scheint da wohl nicht zu gehen. Muss aber eigentlich auch gar nicht. Ja, das sieht so ein bisschen von der Textur her aus wie dieser Minecraft for Kids Texturenpack, den ich vorher hatte. Das ist noch so cartooniger. Wie viel haben wir denn jetzt? Boah. Fast drei Stacks. Das hat sich ja richtig gelohnt. Das ist sehr gut, dass du so viel berufstimmst. Oh, da müsste ich da mal nachfüllen. Steht da drum, jo. Ja, du sagst nicht. Lampen, packen, packen oder Lampen. Erstmal zurück. Mal gucken, wie war ich hier bin. Hier ist eigentlich so gut wie fertig. Da ist noch Licht. Ja, machen wir doch einfach hier weiter. Na, komm. Ich würde sagen, so langsam muss das doch mal reichen von der Breite her, dass ich die einmal auch weggehackt kriege hier. Nee. Schauen wir ja Erde. Ja, und dann muss ich irgendwann unten nochmal den Kiesweg machen. Zum Dolften mal. Verrissen. Jetzt können wir den ganzen Club-Potsch mal wieder einsammeln. Jetzt ziehe ich schon wieder den ganzen Fan-Club hinter mir her. Sollte mal was essen. Ah, Skelette. War ja klar. Au. Nein. Hey, Level 70. Da kommt her. Ja, also wie gesagt, ich müsste die Pferde mal runterdrehen. Viel zu viele. Ja, das passiert wenn man in Lava fällt. Ja, es ist reichlich ungesund. Macht auch nicht so viel Spaß. Puh, das war knapp. Tja, Taschen voll mit Rummel. Was sind wir denn hier noch am Brennen? Oh, Kartoffeln. Hm. Kann ich da noch ein bisschen Mist rüber nehmen und dann mal zur Pyramide fahren. Dann nehme ich es da einfach mal abladen. Hier habe ich sogar noch Schilder. Cool. Jetzt habe ich keinen Slot mehr frei für eine Minen-Car. Ist natürlich auch hochintelligent gewesen jetzt. Mal lassen wir die marinierten Koteletts mal hier. Und eigentlich müsste ich auch mal zum Zirkus fahren. Mal gucken, wie denn da der Stand mit den Bierfässern ist. Kann ich das ja mal demonstrieren. Was ich da gestern veranstaltet habe. Fallen hier die Ratten aus dem Räum? Oder wie muss ich das verstehen? Oh, zwei Minen-Carren. Das ist ja nicht so viel. Auf geht's. Das ist es ja nicht so viel zu tun. Letztensjahre. Das ist alles. Das ist ja auch nicht so. Das ist das, was wir tun haben. Das ist ja da ist die emma im weg die schienen auch ganz merkwürdige richtung ja der dreht sich dann auch immer mir gerade lustig ist vor allen dingen auch dass er da die strecke nach hat oder das läuft ja noch nicht mal irgendwo hin ja wenn das mal fertig bauen würde wo es denn dann hin soll weiß man ja meistens nie wie gesagt das beste war ich da die abbiegung von auf nach rechts richtung höhlen stein ihnen oder wie sie heißen trend stein und haus aufs porn einfach nach links nach hartz vier sind und nie einer hin fährt zuckel zuckel dann auch diese ätzende fliege hier ist nicht eine fliege christ auch ich habe ich vorhin schon mehrfach versuchte schon gesagt deutsche panzer fliege da kann es auch draufhauen die gehen nicht kaputt da steht ein zombie auf dem pilz der ist doch grün und nicht blau schnell aussteigen hier nicht mal den ganzen obwohl sollte ja auch hier funktionieren hoffe ich zumindest weil mit manchen sachen kann unten der filter nichts anfangen aber das landet dann ja alles im zweifelsfall in der kiste hoffe ich zumindest kann ich ja direkt weiter hacken gehen vielleicht sind ja die items noch da nach meinem kleinen lava unfall nach meinem kleinen lava unfall das ist natürlich klar dass da wieder zig viecher unterwegs sind und tatsächlich hier liegen noch vereinzelt items rum was ist hier denn los enderman party zum 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 Das ist ein Zommerkmal. So, jetzt ist er erstmal Ruhe. Schmiedern halbes Level dazu gekriegt. Tja, wer lässt sich jetzt hier wohl nicht rausholen. Ähm, muss mal gucken. Was sind wir? Ja. Ja. So. Ja, das ist wirklich schade, dass die Hacke nicht so gut mit Erde kann. Und wieder einsammeln. Jetzt habe ich die Geister durchgeschossen. Das geht. Erstmal ein Double. Ha. Beziehungsweise eine Backkartoffel. Auf Backkartoffeln. Vielleicht auch noch eine Marktlücke oder so. Und dann schön die Kartoffeln aufpacken. So ähnlich wie ein Zurück in die Zukunft mit der Pizza. Wo man dann so ein Cracker-großartiges Ding in die Mikro stellt. Und 10 Sekunden später ist es eine Familienpizza. Ja, spring du dich mal in die Luft. Okay. Okay. Okay, ich glaube auch. So. 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 Du hast es nicht anders gewollt. Du auch? Ja. Aber er wirft wenigstens ein bisschen... Oh, ich hab keinen Platz mehr. Äh, bl 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 bl. Ach, den Pfeil brauche ich nicht. Musst du mal wieder ausmisten. So, Inventar ist voll. Ähm. Am besten erstmal rüber in die Pyramide. Die Stabladen. Zack, zack, zack. Ups. Da fliegen schon die Knochen raus. Muss ich die mal umwandeln, Alter. Bringt ja alles nichts. Schon viel zu viel von dem ganzen Rumsch hier. Auch die Perlen, da tut man nichts mit. Was will ich mich mit so einer blöden Perle durch die Gegend worpen? Die sind's, Frag. Hatte ich da nicht hier noch irgendwie? Ja, genau. Mach mal die hier mal raus. Ist auch die Sache, wett, kann man denn mit diesen Knowledge Fragmenten bauen? Also bisher... ...kund ich die noch nicht gebrauchen. Das müsste Taumkraft sein. ...kund ich die noch mal sagen, warum nimmt er die Kohle nicht? Was hat denn hier mit Eisenerz? Nehmt er das Eisenerz? Hatte ich das... Ne, nimmt er nicht. Hatte ich wahrscheinlich schon mal probiert. Und dann... Zurück. Und noch eine Reihe. Ja, das sieht total richtig aus hier. Blöde Spinne. Da sind keine Fackeln mehr. Doch. Da sind die Mühe. Da Vince. Da rip es. Daaceutical wieder. Dsch... Die Mühe. Du spierst hier. Die Schräge, ja. Zumindest auf den meisten Seiten. Die Rückseite da fehlt es ja noch größtenteils. Aber... Das wird schon hoch. Die Schräge, ja. Blum, blum, blum. Komm her, ich bohr dir ein zweites Loch in den Hintergrund. Und dir auch. Ach, Tantenviecher. Hä, wie messy Aspekte. Was hat denn da mit Fußball zu tun? Hm, hm. Knowledge fragt man. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Klub, klub, klub. Oh ja, hast du was essen? Flieger, hau auf! Lass mich einfach in Ruhe. Ups, 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 ups. Da war ich ein bisschen flott unterwegs. Wenn das jetzt ein bisschen dunkel ist, ich sehe genauso wenig wie hier. Da war ich ein bisschen flott. Ein Knowledge Fragment, ja. Ein Fragment. Da war ich ein bisschen flott. Mhm. 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 Das sind diese Lehm-Golems oder was? Ja. Oder ich meine... Ja. Die sind Lehm-Dinger. Da kann man sich ganze Armieren bauen und dann gegen eine Nacht reden lassen. Ja. 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 Die sind so ein Schoß. Ja. 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 diesen Lehmfiguren oder so? Ja, das ist ja schon mal was. Wie hab ich das denn hier so niedrig gemacht? Ja, das ist ja schon mal was. So, muss ja doch. Echt? Tja, ist natürlich ein lustiges Gadget, aber ich weiß nicht, ob ich mich mit so einer hässlichen Dorfbewohnerin da verheiraten wollen würde. So. 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 So, da war ja noch das Holzproblem. Da musste ich ja nochmal mit ner Axt nachhelfen. So. Weil ich das so nicht getreten brich. Ja, das wär schön. Soll aber so stufenartig nach unten gehen. Einfach gerade Flächen kann ich ja auch wegeditieren, aber ne invertierte Pyramide tut mir leid. Äh, das übersteigt meine Kenntnis. So. 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 . So. 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 Das ist aber das Inventar voll. Mal eben entkommen. Ich hab fast vor die Bücherwand gerannt. Könnten alles noch die Auswirkungen von gestern sein. Augen? Ja. Ja. Soja, hier wo Stoffe mint er ja nicht. Ja, das war schon sehr hart gestern. Das sind dann die Tage wo man sich da nachher vornimmt nie wieder Alkohol zu trinken. Nee, ich hab heute noch kein Bier getrunken. Ich werde auch heute kein Bier trinken. Nee, danke. Aber im Kühlschrank ist noch ein Bex. Ein Bier in einer grünen Flasche, entschuldigung. Ich werde ja nicht von denen gesponsort. Jetzt muss ich mich mal ins Bettchen legen. Aber vielleicht nachher mal gucken, wie die MFSUs ausgeladen sind. Oder eben auch nicht. Ja, du weißt ja wo der Abort ist. Zwischendurch noch mal ein Stück Kuchen. Ähm. Ja, dann kanns ja eigentlich wieder zurück gehen, oder? Schnell den Mist hier aufsammeln. Ahhhh, geht weg! Ich hab schon wieder Witterung aufgenommen. Nein, 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 nein. Es regnet Pupeln. Immer von hinten. Zwischen die Augen. Ha! Hier wird die Lava aber auch nicht weniger. Wie braucht die unendlich lang in letzter Zeit? Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das an der Mission hier liegt. Ahhhh. 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 Noch mehr Kies. Ahhhh. Kann ich mir... Das Haus verkleiden in Leder. So wie gut. Ja, genau. So war das gedacht. Ich weiß auch nicht, wer das gebaut hat. Obszön. Obszön mit Spielzeug. Ja, die Schlümpfe. Das ist sowieso alles sehr merkwürdig. 100 Typen. Eine Frau. Ja. Dafür, dass er nur so ähnlich wie bei Gör hingegangen ist. Und weiß ich nicht, was hat er genommen. Irgendwelche Haare und ich glaube Würstchen als Arme und Beine. Oder irgendwie sowas. Da war sie ein kleines hässliches Schlumpfhienchen mit dunklen Haaren. Und dann hat Papa Schlumpf die hübsch gefickt. Eine ganze Nacht. Und am nächsten Tag war sie eine wunderschöne Blondine. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich müsste die Leute vielleicht mal fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Wie das gezeichnet hat. Wobei Schlümpfe sind ja eigentlich asexuell. Aber warum müssen sie dann eine Frau haben? Vielleicht ist das einfach auch nur so eine Trap. So ein Ladyboy. Kann ja auch sein. Meine Theorie für heute. Schlumpfine ist ein Ladyboy. Was ist denn noch die Axt? Jawoll! Axt ist greifbar! Hör mal! Sonst ist das Inventar schon wieder voll. Da. Von. Da. Von. Da. Von. Da. Von. Da. Von. Man, 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 man. Jetzt muss ich mal eine Kartoffel hinterher schieben. Uiuiui. Das war wieder knapp. Die kriegen direkt ein paar vor die... Stress machen. Was war das denn für ein Stunt? Schon fast Level 72. Der hat ein Schwert. Was war das denn? Wie gesagt, ich werde es mir nicht kaufen. Nie, nie, nie. So, dann würde ich eher das Geld ausgeben, um mir den Goat zu natern. Ich denke mal, da hast du ähnlich langen Spielspaß dran. Was war das denn? Ich denke mal, da hast du noch etwas erwähnt. Ich will das jetzt nicht wissen. Ich will das jetzt nicht vorstellen. kannst oder auch so survival mäßig dann, was weiß ich da, ja ja, doch, doch, doch. Wartet. Ja, ich denke, da muss er auch schon mit mehreren Leuten zusammenzocken, wenn er da in dem Game Erfolg haben will, ist er alleine rumrennen. Ja, deswegen. Eine Radkappe kann man ja an den Seiten wahrscheinlich anspitzen und dann, äh, so wie, äh, der Bodyguard von Dr. No mit seiner Melone. Tödliche Radkappe. Oder vielleicht kann man sie auch als lustigen Hut tragen. Und dann ist man noch ein leckeres Stückchen Kuchen. Könnte ich eigentlich auch mal wieder neuen backen. Beziehungsweise, ich glaub, ich hab hier sogar noch welchen. Jo. Zwei Stück noch. Njam, 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 njam. Und zurück. Was, wenn ich hier weg bin, wird ich da in meinem Bau nicht gehindert. So. Und, So, eben gucken. Ja, hier ist richtig. Und nächste Runde. Der war vorhin noch hier, ist aber auch heute irgendwie ein bisschen... ...motschig. Er sagte, er weiß noch nicht, dass wir uns motschten. Weil die wahrscheinlich jede Freude keinen Bock mehr haben dürften. Also weder Holland auf andere Brasilien. Platz 2. Nein. Das wären wir dann auch Mütze. Ist natürlich die Sache, ob die Spieler dann nicht noch extra Goodies dafür kriegen. Wenn sie das schaffen, aber... Ich sag mal vom Bedeutungsgrad... Ah. Da kannst du dir echt einen drauf backen, dass er dann Dritter in der Fußball-WM geworden ist. Wie gesagt, höchstens, dass es dann noch ein bisschen... ...verpasst geht's. ...verpasst geht's. Oh, Mann. Warte. 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 Ich weiß gar nicht, wo. Irgend... ...hatte da einer gewettet. 7 zu 1 für Deutschland und irgendwie Kedira schießt ein Tor oder irgendwie sowas hat er gewettet. Er hat 20... ...20 Dollar oder was eingesetzt und hat dann... ...eine irrsinnig hohe Summe Geld herausbekommen. Aber ja gut. Da muss ja erstmal drauf kommen. Um so ein Mist zu wetten. Wer gibt denn so einen Tipp ab, ey. Ist jetzt mal 20 Dollar. Wer weiß, was er noch gewettet hat. Weiß man ja nicht. Wer ein bisschen Geld rauskriegen will. Oder mit Sicherheit auch noch andere Bananiger... ...betten abgeschlossen. Kann ich mir jetzt vorstellen. Na? Ey. Ich häng fest. Hilfe. Ich hätt hier die Pommes vorhin weglassen sollen. Die waren zu viel. Aber die waren so lecker. Aber die waren so lecker. Für die am nächsten dran ist. Die Döneria hier. Ja. Boah, aber das kann sie nicht. Man kann sie wohl. Aber dann... Zeck. Das machen sie alle. Kalte Pommes warm machen. Wieder eine Fritteuse schmeißen. Da tun sie alle. Was ich ja den Menschen in der Dönerie ja schon abgewöhnt hab. Ist dass die... Wenn ich dann Döner kaufe... Können sie nicht im Fleisch dran haben will. Weil das mach ich nicht. Schön hab ich mit dem Fleisch. Dann schmecken die nicht. Aber die gehen dann ja schon mal hin. Weil da nicht so viel vom Verkauf wird. Dann... Verfressen. Dann... Mischen die beides. Und das schmeckt dann überhaupt nicht. Das sag ich denen dann schon immer. Und das haben die... Irgendwann haben sie das nämlich gemacht. Und dann schön Haufen. Und schön durchge... Und... Ich sag immer... Nur Kalbfleisch. Ähm... Ja... Ja... Ich sag... Ich will da kein Mix. Und ich will da auch kein Hühnchen. Weil das mach ich nicht so im Döner. Ja... Und dann muss da nochmal das Messer wetzen. Vor allen Dingen... Ich glaub... Hähnchen Döner ist auch günstiger, ne? Kann das. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall mach ich da nicht... Nicht in der Form. Der Tag quillt schon wieder über. Mann, 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 Mann. Ich muss mich doch gleich mal noch nach Hause porten. Nang, nang, nang. Und dunkel ist es auch. Also der normale kostet jetzt 3,90 Euro. Äh... Ja... 3... 90. Ja, was er haben wills. Was die so da haben. Äh... Zwiebeln. Kraut. Salat. Pepperoni, Schafskäse, Tomaten. Ähm... Alter, der ganze Rotz-Teller. Naja, Rotkraut haben sie nicht. Ja, Alter. Ich nehm doch sowieso keinen Döner mit alles. Gut gefüllt ist er auch. Ja, mein Gott. Immerich halt, da ist die Konkurrenz ja auch größer. Aber die Holländer hier, die zahlen ja alles. Die haben ja keine Döner-Buhnen. Aber ich... Deswegen kannst du auch mal solche Dinger... Ja... Ja, aber nix... Nix Ganzes. Das ist das Problem nämlich. Naja... Ja, lecker den. Kannst du dir... Das können die nicht. Die können einiges, was fast gut angeht. Aber das... Ne. Das haben die so nicht drauf. Die vier vier hier. Ja... Ja, frutschorma... Mit Knuffiesaus. Knufflackaus. Ja, gut, wird Chris ja hier auch als Gyros beim Griechen zum Fladenbrot. Obwohl, da habe ich auch schon erlebt, da sind die dann wirklich hingegangen und haben das Brot in die Frotteuse geschmissen. Da ist mir schon mal ein bisschen schlecht geworden. Ja, scheinbar schon, ja. Ne, eigentlich schmeißt man auch kein Brot in die Frotteuse. Ja, das ist Englisch, die machen das da so. Die wollen das so haben. Hier fühle ich mich so langsam. Hier auch. Ja, eher ohne, aber dafür dann in so eine Mehl-Tunke erst rein und dann in eine Frotteuse. Ja, das können sie aber nicht, das stimmt. So, tja. Na, das geht ja auch gar nicht. Ich kann mal gucken, ob da noch Lampen nachgekommen sind, weil da so ein Bläck. Alle aufgebraucht. Nun gut. Okay, also mit dieser fritteösen Wurst möchte ich den Stream für heute mal beenden. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein ganz klein wenig Spaß und schaltet vielleicht auch morgen wieder ein, wenn es heißt Haugland Calling. Wenn ihr bis dahin nicht wissen solltet, was ihr tun könnt, dann könnt ihr ja gerne mal auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com slash rotzkocher euch noch die anderen Let's Plays von mir anschauen, beziehungsweise die alten Streams von Minecraft Haugland-Server. Und wenn ihr das, wovon ich eigentlich ausgehe, das bei YouTube schaut, dann schaut doch vielleicht auch mal abends ab 20 Uhr auf twitch.tv slash rotzkocher in die Livestreams rein. Und schreibt mir so wieder Mika in den Live-Chat. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute, ne irgendwas. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Auf der rechten Seite könnt ihr euch die Playlist mit allen Minecraft-Videos anschauen. Links kommt ihr zum Let's Play von Fallout New Vegas. Und wenn ihr auf Hodor klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020